Heibo, Quant, Algorand oder eher Lowcap, Commune AI oder DeepSouth AI hat sogar, dass Quant und Algorand das Altamai nicht mehr erreichen. Wisst ihr, was gut daran ist, dass so viele Leute jetzt gerade sagen, dass CoinXY das Altamai nicht erreicht? Das Gute ist, dass das gleiche gesagt wurde, was jetzt über Polygon oder Algorand gesagt wird, auch gesagt wurde über Nier, als wir es eingekauft haben. Das gleiche wurde gesagt über Fetch.ai, als wir es eingekauft haben. Und Fetch.ai ist einfach Top-Performer geworden und als er ansteigt, kommt auf einmal jeder aus der Ecke und sagt, ja Fetch.ai ist nice, kauft über meinen Link ein. Was hast du über Fetch.ai gesagt, als er beim Bottom war? Und das gleiche wird jetzt über Matic, über Algorand und Co. gesagt und man kann natürlich Menschen polarisieren in solchen Zeiten, weil natürlich alle am Leiden sind und man hört es gerne in Coin, der noch nicht gut gestiegen ist, dass er auch nicht mehr steigen wird. Aber die Wahrheit sieht anders aus, mein Lieben. Wenn wir schon in kleiner Runde sind, kann ich euch sagen, die Wahrheit sieht anders aus. Viele Coins, die unterschätzt werden, haben dann zum Bottom eben einen Zeitpunkt, wo nicht so viele Menschen investieren, gar nicht investieren wollen. Und das ist das Geniale, was wir brauchen. Coins, wo nicht so viele Menschen drin sind, nicht so viele Menschen zu früh drin sind. Und wenn ich die letzten zwei, drei Jahre Revue passieren lasse und ein bisschen meine größten Erfahrungen in diesen zwei, drei Jahren mit euch teile, dann kann ich euch sagen, eine der größten Erfahrungen, zwei der größten Erfahrungen und wo ich mich, ja, wo ich sehr viel Neues dazugelernt habe. Und man muss sagen, teils auch ein bisschen geirrt habe, waren zwei Dinge, die ich dazugelernt habe. Und wir wachsen alle zusammen, wir lernen alle dazu. Nummer eins war, dass Coinausschüttung, auch extreme Coinausschüttung, nicht schlecht sein muss für den Preis. Sie kann sogar noch extrem gut sein für den Preis, wie bei Immutable X und vielen anderen Coins, die eine sehr gute Ausschüttung hatten. Dann, Fakt Nummer zwei ist, dass es sehr viel ausmacht, wie der Coin zum Bottom dasteht. Ob die Massen ihn unbedingt haben wollen oder ob viele Menschen gerade zum Bottom diesen Coin nicht haben wollen. Und ich habe gemerkt in der Vergangenheit, jetzt in den letzten zwei Jahren, dass Coins, die zum Bottom, von jedem besprochen wurden. Ich weiß jetzt gar nicht, ob wir jetzt unbedingt nur CBDC-Beispiele nehmen. Lasst uns vielleicht auch mal Beispiele nehmen außerhalb vom CBDC-Bereich. Es gab bestimmte Hype-Themen, die vielleicht schon ihre Zeit hatten. Tokenisierung vielleicht? Also ihr müsst euch vorstellen, es gab Coins, über die jeder YouTuber geredet hat. Zum Beispiel Quant. Quant ist jetzt nicht gerade das beste Beispiel, aber vielleicht sowas wie Engine. Oder sowas wie XTC. Oder sowas wie, was wäre noch so ein Beispiel? Es gab Coins, über die jeder gesprochen hat und wo zu viele Menschen zu früh beim Bottom zu stark investiert waren. Und ihr müsst euch vorstellen, das war eine der größten Erkenntnisse der letzten zwei Jahre. Wenn zu viele Menschen hier investiert sind und diese Coins zu früh zu stark hypen, dann braucht ihr im Nachhinein zu viel Exit-Liquidität. Dann braucht ihr im Nachhinein auch exorbitant mehr Menschen, die den Anstieg verursachen und die als Exit-Liquidität dienen. Deswegen ist es manchmal besser, vor allem wenn man erfolgreich als Investor hier rausgehen will, nicht immer das zu nehmen, was gerade jeder Influencer gut redet, was jeder hyped. Nicht immer das zu nehmen, wo zu viele Menschen gerade zu stark investiert sind. Beispiele. Ich kann euch jetzt Beispiele sagen. Speichert dann diesen Stream und vielleicht schauen wir in zwei Jahren, ob das richtig war oder nicht. Oder in einem Jahr, wenn es dazu kommen sollte oder der Bruder nicht verschoben wird. Zum Beispiel. Jetzt, so in der letzten Zeit, wurde BitTensor in den Himmel gehypt bis zum Gehtnichtmehr. Jeder hatte Bock, über BitTensor zu berichten, weil es einfach geklickt wird. BitTensor zu viele Menschen eventuell in letzter Zeit zu stark investiert. Sui, in der letzten Zeit, jeder und seine Verwandtschaft auf YouTube, seine Influencer-Verwandtschaft, reden über Sui. Noch so ein Beispiel. Was wäre noch so ein Beispiel? Also es gibt da bestimmt ein paar Beispiele, die jetzt in letzter Zeit komplett von jedem beworben wurden und wo zu viele Menschen eventuell gerade drin sind. Und ich meine, ihr merkt es ja, wenn wir bei Crypto-Bubbles einmal ansteigen, geht mal auf Wochenansicht oder vielleicht Monatsansicht, dieser Nero nervt einfach. Aber ihr seht es ja hier. Sui, wenn der um 94% ansteigt zu Bottom-Preisen, dann wisst ihr, da haben sehr viele Menschen eingekauft. BitTensor, wenn der um 95% ansteigt, dann wisst ihr, da haben ein paar Menschen eingekauft. Und das sind halt die Coins, wo ich mir Sorgen machen würde, ob nicht das Gleiche passiert, was in den letzten zwei Jahren ich dazu gelernt habe. Also checkt gerne BitPanda in der Videobeschreibung und die anderen Börsen, falls ihr nicht registriert seid, würde das mich supporten. Ansonsten checkt CoinFolio die Abos dort, die Updates gehen bald durch, die Bugs sind gefixt.